Bye-bye Blutspendeverbot. Es besteht kein Grund, warum Homosexuelle und Trans-Personen kein Blut spenden dürfen. Was wir ändern wollen jetzt bei 3 Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Es ist schon seit langem ein wichtiges Anliegen unserer Fraktion, die bestehenden Einschränkungen für Blutspenden zu beenden. Menschen mit gleichgeschlechtlichem Sexualkontakt wurden bisher sofort und pauschal für mehrere Monate von Blutspenden ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn sie mehr als einen Partner hatten oder einen neuen Sexualpartner hatten. Das ist diskriminierend und einfach nicht mehr zeitgemäß. Excuse me, wir haben 2023. In Großbritannien haben sich zuletzt mehr heterosexuelle Menschen als homosexuelle Menschen an HIV infiziert. Zukünftig soll nur noch das ganz individuelle Sexualverhalten der Spender zu einer Bewertung führen. So bleibt das Sicherheitsniveau hoch und die Diskriminierung hat ein Ende. Blut ist nicht schwul, bi, trans oder hetero. Blut ist Blut. Deswegen sagen wir schon bald...